Energie, was ist das? Wir benötigen Energie, um mit Autos zu fahren, um unsere Wohnungen zu beheizen und um elektrische Geräte zu betreiben. Das ist aber nur ein kleiner Teil dessen, was Energie ist. Sie kann noch viel mehr. Im Grunde ist sie die Voraussetzung dafür, dass überhaupt irgendetwas geschieht. Energie kann nicht erzeugt oder verbraucht werden, aber eine Energieform kann in eine andere umgewandelt werden, was wir uns auch zunutze machen können. Wir benötigen Energie sowohl für die Funktion unseres Körpers als auch, um Arbeit verrichten zu können. Darüber hinaus nutzen wir Energie aber auch, um uns das tägliche Leben und die Arbeit zu vereinfachen. Die Sonne liefert uns nicht nur Licht- und Wärmeenergie, sondern ist auch die Quelle fast aller Energie auf der Erde. So haben beispielsweise die Bewegungsenergie des Windes, die Wasserkraft und die gespeicherte Energie in Nahrungsmitteln und fossilen Energieträgern ihren Ursprung in der Strahlungsenergie der Sonne. Danke. 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 Danke.